Oh mein Gott, bist du schön. Charming, as usual. Oh mein Gott, charmant, die Bass-Boys, wie immer. Passend zu unserer Record-Release-Party heute Abend hat sie ganz viele kleine CDs an ihrem... Goldene Platine. Also ihr... Wenn das mal kein... Hey! Finger weg! Kein gutes Um für unsere neue Platte, die jetzt morgen rauskommt, ja, also wer weiß, ne? Dezent schön Promo gemacht und dann noch vertuscht, dass ihr mich einfach angefasst habt. Einfach so, Jungs, manieren. Zwischen versteckter Werbung oder sexueller Belästigung, das ist doch super. Komm doch mal hierher, ich bin ein bisschen vorsichtiger, ich halte ihn von den Fällen. Vertrau dich an... vertrau dir. Vertrau dich an mir. Ja, ja, gut. Ich wollte eigentlich nur noch fragen, ihr wurdet... zweimal hattet ihr... Hattet ihr den Echo gewonnen schon? Zweimal. Der steht zu Hause irgendwo, ne? Richtig, genau. Bei mir steht er quasi bei meinen Eltern. Oder beide, sozusagen, ja, also die freuen sich auch immer total. Der steht irgendwie auf dem Schrank drauf und... Deswegen, der ist da an einer guten Stelle. Also ich glaube, so bei mir zu Hause würde sich nicht so schön machen, als bei meinen Eltern, ja. Ihr verschenkt den einen? Also ihr gebt den in der Familie weiter? Also meiner steht im Sicherungskasten. Ja, weil ich hab da immer so einen... der leitet ziemlich gut. Und wenn ich halt das Küchenkabel mit dem Wohnzimmerkabel verbinde, dann hab ich im Flurlicht... Dachte, du benutzt... aber die anderen benutzt als Eierschneider, hast du vorhin gesagt. Richtig, genau. Einen benutze ich als Eierschneider, aber das tut ja jeder hier. Ja, okay, das ist alles... das ist alles... What to do with the Echo?